Hallo, hier sind Stefano und Renzi. Wir erraten jetzt die neuen EA FC-Karten aus unserer Mannschaft und ja, let's go! Ich kann das halt bei Silberkarten gar nicht einschätzen, ob das gut ist oder schlecht. Aber ich denke auch schlecht. Also, weiter geht's? Ja. Keine Ahnung, das ist toll, das ist schwer. Weißt du mehr? Ich würde jetzt... Noch einen, noch einen. Noch einen? Äh, ist das auch die richtige mit Rare und Non-Rare? Ja. Ja, ich... ich weiß nicht mehr. Du musst deinen Namen sagen. Ludo Reis. Das ist falsch. Ja, guck mal, der Tempo ist bodenlos, Alter. Das ist schön gut, Leute. Aber kommt noch, jetzt noch was? Ja, du kannst entscheiden, wie weit es geht. Ja, mach weiter, mach weiter. Jetzt wird es 200 gegeben. Ja, wir haben 71. Das ist halt geil. Ich weiß nicht, was wir sehen, wie für eine Position bei Ding hat. Im letzten Step kommt nur noch die Blenderflagge. Und dann wird ein Tor. Oh, der als Deutscher ist dann tot. Aber egal. Danke. Was ist das denn? Ja, Latzi. Wollte es ja sagen, Alter. Aber 70 Schuss ist schon frech. Dann darfst du die oberste Karte einmal nehmen. Und zu dir stellen, an den Hocker. Kann ich die Latzi später schenken? Ähm, leider nicht. Die müssen wir erstmal wieder mitnehmen. Absolut. Boah. Junge, was lauerst du? Ich weiß doch nichts. Weiter? Ja. Ne, keine Ahnung. Das ist eine gute Karte, ja. Das ist nicht ihr, Alter. Äh, warte, warte, warte. Ähm, Renzi? Ja. Äh, ich sag, es ist Ludo. Ist richtig? Falsch. Ja, Mann. Top. Ich weiß eigentlich schon fast. Ja, sag doch. Noch weiter? Ich kann weiter. Ich muss erst mal ausgleichen. Ja. Ah, ich weiß, wer es ist. Ah. Aber glaube ich. Wenn er nicht weiß, kann ich sagen. Ne, du bist auch. Aber ich meine, wenn er falsch redet, kann ich nur sagen. Ach so, ja, klar. Weiter. Jetzt kommt er noch dran. Äh, Dom P. Äh. Puh, Alter. Aber 78 Tempo ist schon frech. Kannst du die oberste Karte nehmen? Ja. Hast du Punkt 0? Wieder 1? Ja, vorhin hinstellen? Ja. Oder hinlegen? Das ist so. Vor allem mit den ersten Werten, so kann man gar nichts anfangen. Das ist non-rare, ne? Also nicht glänzer. Es sind nur Silberkarten oder kommen auch noch Bronzer und so? Klar. Okay. Wer weiß. Ja, das ist rare. Pff. Ja, genau. Wer hat denn... Wer hat denn Füße 80 am Tiefenfenst? 63. Äh, 30. Hä? Keine Ahnung. Ey. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ich positioniere. Schon auch ZM oder so. Ich wüsste aber. 74. Pff. Ja. Äh, stopp. Bobby. Ey, nein. Was ist das denn, Alter? Pech gehabt. Was ist das hier? Ja. Ey, was denn? Einfach reingerufen. Tach, Digga. Ja. Es ist Bobby. Ja. Normalerweise muss man so machen. Schnell einen Namen reinrufen und dann fertig. Füße noch irgendwas? Außer, außer Land? Warum willst du? Denkst du, dass der Landreif da war? Du musst raten. Das ist doch Urteil. Ich muss doch auch. Ja, musst reinrufen. Renzi, Bobby. So muss er reinrufen. Ja, du hast ja nur Bobby reingerufen. Oh, da heißt es Bobby. Ja, okay. Ja, gebt ja Punkte an. Wie weiß ich, was weiß ich. Gib ich dir, Alter. Ja, du kannst auch schnecken. Ja, nein, gar nicht. Ja, okay. Ich gebe ihn sowieso noch. Ja, das waren zwei Punkte. Oder war die Flagge noch nicht. Boah, Alter. Ja, danke. Wird auch hier auf dem Lied spielen, ja. Weiter. Warte. Warte. Ah, Alter. Warte. Warte. Ich habe es nicht gefehlt. Warte. Ich glaube, das ist Baka. Sagst du Baka? Ja. Stefan. Du hast richtig Baka. Ich habe mich schlafen. Ich dachte, das bist du. Gib drei Punkte für Renzi. Ey, was ist das denn, Alter? Ich bin schon so stark. Kennst du deine Karte schon? Ich weiß, dass ich... Ich glaube, ich habe 87 Plätze. Und deshalb... Ach, Mann, Alter. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hä? Weiter. Das ist nur unsere Mannschaft. Das ist nur unsere Mannschaft. Das ist nur unsere Mannschaft. Ja. Ja. Oder wenn nicht das? Sag doch. Geh doch mal ein Risiko. Warte mal kurz. Ich weiß auch nicht, was andere schon eine Karte hat. Stopp! Mann, Alter! Scheiße, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Ja. Wer ist das denn? Ich weiß nicht. Falsch. Äh, Stefan. Ach so. Das nicht. Ähm. Ja. Mann. Verrei. Stimmt, Digga. Ich habe den ganz vergessen. Ah. Und zwar in. Zwei Punkte. Scheiße, Alter. Ja, aber Ludo ist auch nicht so schnell. Ja, im ersten Stimm. ZM. Ja, aber ich war so rekt. Ich weiß nicht. Du warst aufgeregt. Ja. Weiter. Boah. Weiter? Ja. Das ist ja scheiße, ja. Weiter. Stefan. Ja. Ludo wird reist? Oh, ne. Ich wollte nicht riskieren, ja. Das war schon vier, also drei Punkte. Oh, der Schlag, ja. Nee, ich freu dich noch. Hab doch gesagt. Ich schenke dir sogar Punkte, Alter. Wieso? Ich wollte schon mal ganz am Anfang sagen. Ludo wird reist. Auf Risiko. Ich schwör. Jo, weiter. Es gibt fünf Punkte zu holen, wenn man es jetzt riskiert. Also, seitiger Karten wirklich keine Ahnung, ja. Weiter? Stefan. Ja? Stefan. Risiko. Sagst du deine eigene Karte? Oh, nein, 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 nein. Mal haben wir Aufnahmen. Gibt doch einen Punkt. Was hast du denn? Ich sag dir auch zweimal den Namen, um safe zu buzzern. Checkst du? Ja. Äh, Sebastian Schonlau. Das ist ungefähr. Nein, Stefan, Stefan, das ist doch egal, was das war, hol doch dich. Wie viele Punkte, vier? Ja, du warst hier, also vier Punkte, ja. Was hast du überhaupt für eine Karte? Hä? Ich hab gemerkt, Pipa, gib mir nicht so viel. Gib mir nicht so viel. Da muss ich schnell zurück, oder? Warte? Ja, warte. Nein, warte, warte. Bro. Ich würde ihn auch riskieren, wören Sie? Ja. Miro. Boah, ich schwör, ich hatte sie auch im Kopf. Scheiß halt. Scheiß halt. Jetzt bist raus. Weiter, natürlich. Äh, weiter. Noch mal weiter? Weiter. Boah, Miro, das ist ein guter Call, ich schwör. Ja, weiter. So hätte ich auch gesagt. Ja. Ah. Äh, Indy. Fertig. Das waren zwei Punkte, ja. Boah, Indy's Karte ist auch gut eigentlich, ne? Oder alles was Schnelles, was passiert. Ja. Ja. Da passt trotzdem, dann sag ich Stopp. Okay. Ja. Ja. Okay. Nein, das ist nicht ihr Leidlers Karte. Ich dachte wegen Fies ist es doch ein bisschen gut. Können Sie weiter? Ja, weiter. Nein. Boah, ich weiß nicht, wie er geht. Ähm, zehn noch. Haben auch so Band, Tom Sanne, Omar und so alle Karten bekommen? Ähm, die meisten davon ja. Also ich glaub Band nicht. Und sonst die anderen Leuten ja. Ja, Leute. Oh, das weiß ich sogar. Äh? Ja, ich will raus. Ach so. War long. Das sind zwei Punkte. Das heißt, ich brauch jetzt vier. Du brauchst vier für den Ausdruck. Und wo muss ich dann spätestens Stopp sein? Äh, hier. Also du darfst noch vier werden. Okay, passt. Was? Ja. Renzi. Na jetzt, Alter. Hm. Sieht aus, sieht er wie ein Bitte fällt. Wien haben wir noch? Äh. Manoval, Ludoval, Wazze, Wazze, Wazze. Boah, ich weiß halt nicht von hier, von Lukas Porreba. Da kenn ich nicht die Karte. Boah, du hast ja. Was denn? Was hast du hier? Ja, was denn? So sagst du deinen Namen. Musst du erst mal überlegen. Ja, aber ich dachte schon, ich würde so. Ja, ich nehm Lukas. So. Kann ich weiter machen? Weiß ich da mit mehr Werten sehen? Zack. Äh. Das ist Dennis. Boah, guter Call. Alter. Junge, Mann. Boah. 62. Schade. Bonus-Runde? Nichts. Fertig, ne? Gut gespielt. Gut gespielt. Gut gespielt. Aha. Aha. Ah, okay. Zumberi. Ein, drei Schießen. 62 Tempo, Alter. Restverteidiger. Ja. Und muss eigentlich schnell, muss nicht langsam. Bet title machen. Wallace-pril. Noch nicht pervisual? gerne zu wissen. Gut basieren. Daher habe ich uns objetivången. gut health, aber es war Also Baker, auch nicht eine komplett ist. und zwar daher ich zafe! Blue Center. Und genau hier habe ich das, bei diesericas Briennende, Teil dieser Type das Sunne rum. Vielen Dank.